so weiter geht es heute mit dien for speed wir machen weiter mit der race an wobei ich ja auch auf dem kopf aber na gut gehen wir rein ins prestig in der letzten folge ist mir tatsächlich der erste in meinem hotbus hinkommen das erste ding das auch nicht auf gold gehabt haben einer ist mir gerade entkommen der war schon schwer angestragen haben wir empfehlen die einheiten ohne die straßensperren mit den chancen werden wir so einfach gewesen gut wir müssen erst werden für 8000 kopfgeld also zumindest unter die ersten drei kommen dann kriegen wir jetzt noch 200.000 und für zwei tag kriegen wir 5000 kopfgeld schauen wir nun mal wir wollen noch ein bisschen gas geben heute so let's go 21,3 kilometer die uns jetzt heute anstehen ich hoffe dass man sich nicht die eigenen leute wegrechnen kann das ist nicht einfach ab wir müssen jetzt tatsächlich ohne komplett nach ohne jetzt komme ich natürlich sehr schön wieder durchgereiht das nervig hat man schon und das erfolgseinheit oder verfolgende teile das ist ein bisschen anders dass du dabei willst nehm ich sag mit deinem scheiß aber die weist du noch einen nachdenkst nehm ich sag mit deinem scheiß aber die weist du noch einen nachdenkst sieben autos und sie müsste der ersten breiter man das denkt überhaupt irgendwie zu schaffen die audi geht mir auf den sack gerade mittlerweile so nervig einfach dass ich jetzt nicht weitermachen kann die karriere hat auch keine power wenn ich halt bin ich habe auch nicht wirklich in die nähe also ja 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 ich krieg hier wohl noch präsentiert jetzt ich komme nicht wirklich zurück weil mir jedes mal der typ da auf den sack geht weil er jedes mal noch einen weg haben muss fünfter aber das ist jetzt auch nie das geld frei ich habe mich wieder eingeholt so 4,6 sekunden schickert und 4,4 sekunden anliegen und dritter muss man werden denn er hat so lange nicht mehr kriegen aber verschwinde doch mal mit deinem audi so jetzt sind wir zumindest wieder ein bisschen feld zurück das heißt wir sind noch ein paar noch 4 aber wir haben uns ein auto noch um die aufgaben zu schaffen zumindest das ding auch vor uns jetzt zu fahren das ist ja mein ziel weil wir die liste abgearbeitet haben wir schon direkt die abgabe gemacht wovon ist der typ das ist natürlich nur ein ach du gehst mir auch für Nüsse man dass du direkt angeschissen kommst weißt du ich verschwinde jetzt von mir so da vorne da ist schritte zahl drüber das ist definitiv einer unserer gegner deshalb den müssen wir kassieren auf jeden fall um zumindest aber es hat gepasst so jetzt sind wir zumindest mal auf P3 ich versuche mir jetzt noch ein bisschen uns feld zurückzukämpfen da vorne war gar nicht ein auto was auf der liste steht 3,7 sekunden hinter dem momentanen drückplatziert das heißt hinter dem zweitplatzierten so rum ist es das ist ja weiter geh weg einfach geh einfach nur weg geh woanders spiel komm da ist einer auf jeden fall so mit der Fett kann das keine KI sein 2,7 sekunden hinter dem zweitraum hau doch mal ab ey zu dem dass sich die anderen alle wieder mit drin haben im Feld ich will das Ding schon irgendwie auf Gold hinkriegen aber ach der nervt doch nicht dann geh woanders spiel so den habe ich schon mal wieder letzter Kilometer bis zum Ziel naja dritter das war klar das war auch nicht anders verdienen finde ich ehrlich bin der eine der es mit ich habe keine Chance gehabt irgendwie hinterher zu kommen wenn mir jedes mal diese Audi auf den Sack ging bist du damit nur dritter den einen hatte ich ja schon gehabt ich war der zweite eigentlich aber naja ich habe mich dann doch kassiert und damit war es eigentlich auch verdient so wir reingekommen sind naja gut aufgabe zumindest erledigt das ist das wichtigste dass ich jetzt natürlich nicht weiter machen kann das ist die super serie weil wie viel hat die serie dafür ah das ist klar aber gut ein Rennen haben wir ja noch vor uns wenn ich überhaupt irgendwas finde was wir noch nicht gefahren haben naja ich hab die ganze Zeit fahren ne guck mal rein Happy Sweet hab ich da echt keine muss ich echt jetzt noch ein altes ran fahren ne hier ist noch 100 allerdings als die Cops wenden immer mehr Gewalt an um dem zu begegnen ist ein Wagen mit einem Störsender ausgerüstet bei einer Verfolgung kannst du dieses Gerät aktivieren und vorübergehend den Funk und die Waffen aller Cops lahmlegen solange diese Waffe aktiv ist zeigt sie dir außerdem die Positionen aller Straßensperren an die die Cops aufgestellt haben der Effekt dauert nur eine kurze Zeit danach muss das System nachladen bevor du es wieder aktivieren kannst der Störsender benötigt sehr viel Energie sodass du ihn nur wenige Male aktivieren kannst jo Störsender wie gesagt ist die nächste Aufgabe aber wir haben jetzt haben wir jetzt aber für ein Auto freigeschaltet wir nehmen jetzt den BB F3 G92 in Schick & Weiß würde ich sagen so ja wieder 1,2,3 wir haben jetzt auf jeden Fall zwei Merkebänder für Störsender 2 und Kai Turbo aber wie gesagt wir sollen erster für 8.000 zweiter für 5.000 und dritter für 2,5.000 dem sind wir ja auch noch 2,5.000 geworden ja dritter geworden 2,5.000 Kopfkrieg kassiert ja aber wie gesagt es war nicht anders verdient so wie es ins Ziel gekommen ist die ersten war unerreichbar die zweite nicht vielleicht noch kriegen können wir ein bisschen Glück wenn der eine mit mich auf den Sack gegangen wäre die ganze Zeit so ok jetzt müssen wir uns das ganze Ding mit Cops das ist aber nicht sicher gesichtet und diesmal sind so das heißt so zwei Ausschlüsse auf die Fahrgiternzeiten da schwingen wir da schwingen wir da schwingen wir da schwingen wir ich hab keine Karte ich hab keine Karte ich hab keine Karte das ist das Problem das wäre halt so gut gewesen das war mir fast klar in dem Moment gibst du noch einen dann kriegst du noch einen leicht mit Das geht ja damit nicht. Ahhh. 9.7. Einheit. Alfa Romeo 80 Capitione. Fuck you. Es kann nichts machen. Keine Einer. Abgeworfenes Nagelmann mit eurem Bereich entdeckt. Seid vorsichtig. Jetzt hat er nichts rübergefahren. Verfolgung ist unterwegs für Silbertrieg. Schatzrichter Räume 10, 50. Ander vorangeboten. Wartensysteme ausgefallen. Verwechlicher benutzt ein Sturmsender. Ach, Scheiße. Ich habe mich jetzt mal verdrückt. Ausweich von Löber einleiten. Ich gehe ran und versuche ihn herunter zu werfen. Die Grenzen brauchst du mich heute nicht. Ich bin immer noch Fünfter, weil ich ein bisschen im Feld vorliegen bin. Hau doch ab, ey. Ich habe noch einen Sturmsender. Dageward, Einsatz gereist. Bestätiger Einsatzverlust. So, top down. Bye bye. Ich glaube, wir sind jetzt Saun habe. Wir gehen nicht auf die Anleitung an. Mal sehen, wie er darauf reagiert. Was ist aufgefallen? Ihr werdet euch allein gestellt, bis zu ihrer Ausleitung. Weil ich irgendwie wieder in Richtung des Feldes zurückkehre. Ich bin anscheinend muss dann mal weg. Ja gar nicht, das ist geil. Aber ich komm nicht wirklich ins Feld rein. Ja, ist klar! Mann, dann geh mir den drauf in den Sack, ey! Ja, ich bin so gut in Rettung gewesen. Das ist ja komplett fast sauer. Nur weil ich tatsächlich derjenige bin, der hier drauf muss. Ich bin nur. Ich bin nur. Ja, ich komm hier aber nicht rein. Ich kann auch nicht fahren, das geht auch nicht. Ich hab keine Chance, irgendwas zu machen. Ich werde jetzt da. Weil die so ne Kacke weiß, weil die mir ja wieder für den Sack geht. Verdächtiger fährt extrem aggressiv. Verdächtiger fährt extrem aggressiv. Ja, verdächtiger fährt. Verdächtiger fährt extrem aggressiv. Was? Ich kann nichts machen momentan. Ich muss nur dieses Rettung. Was schwindel ich jetzt einfach von mir mal an? Ja, das war's. Dankeschön, ey. Nur weil die ganze Zeit auf mich drauf gegangen wird. Das ist kein anderer auf den drauf gegangen. Nein, nein, auf den mich. Auf mich. Lass mich ein bisschen rum. Ich will kein TMP-Trufe 2 haben. Ich kann das Rennom- Kann ich das Rennom- Nein, nein, nein. Du kannst das Rennom- Nein, nein, nein. Du musst, äh. Du musst definitiv da irgendwie raus. Fuck. Die sind gefühlt nur auf mich drauf gegangen. Das war die ganze Zeit mit dem IMP. Bam, bam, bam. Einer am anderen, ey, hab ich gekriegt. Die anderen, die konnten ohne Mobil weiterfahren. Ich, weil ich irgendwie da irgendwie mal dran war. Und, äh, ne, ne. Mit 5 Mann direkt drauf. Das ist egal. Das hab ich auch so ein bisschen im Gefühl gehabt. Die anderen, die konnten ohne Mobil weiterfahren. Nur ich bin die ganze... Ich hab nur geschuldiges Wissen. Oh, der Oberfahrzeug ist gerade an mir vorbeigetast. Könnte ein Speed Tracer sein. Ich versuche sie einzuholen. Ach, was? Natürlich. Fünf Autos werden im Wink quälcht es mich. Verdächtiger hat einen Unfall. Wiederholen. Verdächtiger hat einen Unfall. Verdächtiger hat einen Unfall. Verdächtiger sind extrem aggressiv. Wir müssen das hier jetzt beenden. Verdächtiger in das Land das Fahrt. Verdächtiger ... … ... ... ... ... Ja, jetzt hab ich da die Klammer gemacht. Ich habe Kontakt. Zentrale Wittmung, Gewinnung für Einsatmenzen, Handelband. Abschneiden. Verschwinde. Oh ja. Straßenspazieren, eine Reizungszeit. Wir spielen Verfahren verreicht. Sicher, Sie entfangen. Nagebandeinsatz bereit. Verdichtiger fährt äußerst aggressiv. Wir brauchen eine Straßensperre. Ich ziehe vor, eurer Position einheizend zusammen. Behaltet eure Ruhe bei. Okay, Einsatmleitung hat die Reizungszeit. Ich muss den Straßensperre dann heizend freigegeben. Nagebandeinsatz bereit. Bestätige Einsatzbereit ist Nagebandein. Erweckteleitung, versucht mich von der Straße hinzubringen. Was? Wie gebe ich nicht auch die Müße? Warte Kontakt, Tragzeuge beschädigt. Es geht um einen der Schleppchen? Wie gibt es den Straßensperre? Drei Schleppchen, Tragzeuge beschädigt. Und ich schaue den Straßensperre. Kabel. Anlage 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6. So, der Scherz-Copcake, ähm, der muss dann, glaube ich, gebeten werden. Was haben wir hier? Jaguar. Der Dächtiger, widersetzt sich Gesetznahme. Er seht sich. Verfolgt. Ich werde jetzt Versorgung der Aufkasse machen. Die Versorgung der Aufkasse machen. Die Versorgung der Aufkasse machen. Dankeschön. Meine Biese, Alter. Geh mal auf andere drauf. Die gab es eigentlich nur am Ramm, ey. Fahrzeug des Verdächtigen. Wir sind hier wieder letzter. Weißt du, das ist ein Ding so einer Scheiße. Ja, kritischer Schaden. Fuck you, Alter. Ey, jedes Mal die gleiche Seuche. Weil ich wollte weißen BMW, da sind fünf andere Autos. Wir haben den Verdächtigen festgenommen. Die Sache ist vorbei. Ey, da sind fünf andere Autos und trotzdem geht man nur auf mich auf, ey. Die anderen interessiert mich doch nicht. Ja, und dafür auch. Nur einer. Die ganze Zeit bin ich. Ja, ist mich in Ruhe mit dem Scheiß. Na gut, versuchen wir es in der nächsten Folge nochmal neu. Alles klingt wie ein. Alles klingt wie eine Schade. Alles klingt wie ein, das ist.